Fortuna Köln, die Südstadt-Legende. Hier schlägt dein Herz. Das ist Köln. Unsere Stadt, unsere Vereine, unsere Fortuna. Hier drüben liegt die Kölner Südstadt. Genau an diesem Ort wurde am 21. Februar 1948 im Casino der Bayenthaler Maschinenfabrik Fortuna Köln gegründet. Das hier ist ein typischer Kölner. Wie man an diesem medizinischen Schaubild deutlich sieht, trägt er den 1. FC Köln in der DNA. Fortuna Köln trägt er im Herzen. Dieser Herzschlag war besonders intensiv, als am 1. Juni 2014 das Wunder von München geschah und Fortuna Köln sich mit vollem Einsatz und letztem Willen in der Nachspielzeit zurück in den Profifußball spielte. Mit dem Aufstieg ging der notwendige Professionalisierungsprozess einher. Offizielle Medienpartnerschaften mit dem Express und Radio Köln zur Kommunikation nach außen waren dabei ebenso wichtig wie infrastrukturelle Erweiterungen, zum Beispiel eine neue Rasenheizung, einen repräsentativen VIP-Bereich und ein verbessertes Bandenbild. Die Werbewirksamkeit der Partnerunternehmen wird so gegenüber den Zuschauern wie Fans, Familien und Businesskunden viel besser transportiert. Im Südstadion der Spielstätte von Fortuna Köln versammeln sich alle als eine große Familie. Fortuna ist für unsere Fans ein bodenständiger Verein zum Anfassen und bietet viele emotionale Momente im Stadion, bei denen ein ehrlicher Fußball und die Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Für Familien bietet Fortuna bunte Schul- und Vereinsaktionen, bei denen Kinder mit den Profis und dem Maskottchen Fred trainieren dürfen. Anschließend besuchen uns die Kinder mit ihren Familien im Stadion und dürfen sogar mit einlaufen. Businesspartnern bietet die Fortuna an Heimspieltagen im neuen VIP-Bereich die perfekte Plattform, um sich zu präsentieren. Viele Events laden die Partner zum Networken ein. Gleichzeitig profitieren die Partner von unzähligen Vorteilen und Angeboten, die ihnen andere Unternehmen des Fortuna-Netzwerks bieten und die sie an ihre Kunden, ihre Mitarbeiter und Familien weitergeben können. Fortuna Köln – eine große, traditionelle und bodenständige Familie für Köln. Für unsere Businesspartner ist der Einsatz für Fortuna Köln schon längst nicht mehr eine reine Herzensangelegenheit oder Lokalpatriotismus, sondern auch eine echte Chance für ihr Geschäft. Jeder wird direkt und professionell in das Netzwerk der Fortuna integriert. Als Partner erhält jedes Unternehmen ein redaktionelles Unternehmensporträt im Vorfeld eines Heimspiels, nach Absprache auf der Homepage, über den eigenen Newsletter und in Facebook. Am Spieltag selbst erfolgt eine persönliche Vorstellung im Interview gegenüber den anderen Fortuna-Partnern und im Nachgang zum Spiel können direkte Angebote per persönlichen Anschreiben, postalisch und via E-Mail an die Anspruchsgruppen platziert werden. Weiterhin kann man über die VIP-Abrufkarten alternativ zur Dauerkarte die Heimspiele flexibel besuchen und so die Tickets variabel einsetzen. Nehmen Sie Kunden, Mitarbeiter, Ihren Partner oder Freunde mit ins Stadion und machen Sie diesen Besuch zu Ihrem Event. Unsere Eigenvermarktung eröffnet die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren Partnern individuelle Ideen und Konzepte umzusetzen. Die Businesspartner haben die Gelegenheit, ihre Geschäftsphilosophie direkt gegenüber ihren Anspruchsgruppen zu positionieren. Ein echter Mehrwert, den über 200 Partner diverser Branchen bereits gewinnbringend nutzen. Zudem stehen den Businesspartnern in jeder Saison zahlreiche Events offen, die via Halbjahresplan angekündigt werden, wodurch eine gute Planbarkeit gewährleistet ist. Von exklusiven Koch-Events bei Bulltaub am Mediapark in kleiner und feiner Runde, über Podiumsdiskussionen mit interessanten Menschen aus Wirtschaft, Politik und Sport in großer Runde wie bei Rödel und Partner, über Kickerturniere bei der Automobilgruppe Dirkis bis hin zu Events für die ganze Familie und einer gemeinsamen Weihnachtsfeier mit Mannschaft, Fans und Businesspartnern bei Gaffel am Dom. Fortuna bietet reichlich Programm und damit Mehrwerte, auch wenn gerade kein Ball über dem Rasen rollt. Das ist einer unserer tatkräftigen Unterstützer. Als Garten- und Landschaftsbauer ist auch er Partner der Fortuna und hat im Businessbereich einen wichtigen Kontakt mit einem anderen Partner geknüpft. Jetzt pflegt er nicht nur den Garten auf dem Privatgrundstück des Unternehmers, sondern auch die umfangreichen Gartenanlagen des Unternehmens. Ein weiteres entscheidendes Tor bei der Fortuna. Gerade auch für unsere Partner aus dem B2B-Bereich bieten sich wichtige Kontakte, aus denen starke Projekte hervorgehen. So wurden die Erweiterungen unseres VIP-Bereichs komplett von Partnern konzipiert und umgesetzt, von Architekten über die Planungsgesellschaft bis hin zu Bauunternehmen und einzelnen Gewerken. Fortuna Köln bietet seinen Partnern die perfekte Basis, um gemeinsam Großes auf die Beine zu stellen. Auch außerhalb des Stadions. Bei Fortuna Köln sind Unternehmen aller Größenordnungen an Bord. Kleinstunternehmen, mittelständische Unternehmen bis hin zu großen Konzernen. Von lokaler über regionale Präsenz bis hin zu bundesweit und international agierenden Unternehmen. Sie alle sind Teil der Fortuna-Familie und natürlich profitiert auch Fortuna Köln vom Know-how, das die Businesspartner mitbringen. So steht dem gemeinsamen Erfolg nichts mehr im Wege. Richtig gute persönliche Kontakte, ehrlicher Profifußball zum Anfassen, eine große Familie. Seien Sie also dabei und werden auch Sie Teil der Südstadt-Legende. Fortuna Köln – Leistung aus Leidenschaft.